und jetzt kaufe ich noch einen weiteren Vorbereitungstisch wie war das? Essens Vorbereitungstisch? Genau Patsch so wobei, jetzt hole ich das hier erstmal alles hier raus wobei ich glaube, dass ich eigentlich gerne noch um ein weiteres Kästchen erweitern möchte denn ich möchte gerne ist das da, sind das? Ah ne, das sind zwei ich möchte gerne die Kisten auch noch irgendwo hinstellen Hä, wie viel? Hä? Ok, ich habe das ganze anscheinend viel größer gemacht als ich das eigentlich vorhatte gut auch gut ich habe gedacht, ein Kästchen, das ich hier weiterbaue, bedeutet ein Kästchen von diesen Dingen aber nö so ist das nicht da kann ich nämlich die Kiste und die Kiste ähm dann können wir die Mühle hier rüber stellen ja, dann habe ich hier auf jeden Fall noch ordentlich Platz für Zeug ok naja gut, also ich finde es ja eigentlich ganz geil dann habe ich hier unten noch ein bisschen Platz und eventuell ich würde sogar noch einen Herd da hinbekommen hm wenn ich zum Beispiel die Dinger hier nach unten stelle so dann habe ich sogar noch Platz für ein weiteres von den Dingern und ein weiteres von den Dingern ähm dann wiederum fehlt mir allerdings ein weiterer Essensvorbereitungstisch hm hm also bei nicht zwangsläufig ok pass auf ähm dann investieren wir mal noch ein bisschen weil ich habe jetzt so viel Gold und dann haben wir auch das nächste Mal wieder Gold zusammen so äh sagt er hier, ich habe drei Stück davon gekauft? hä? hä? was? wieso denn drei? hä? 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 wo habe ich das denn versaut? naja gut ich ignoriere das mal früher oder später brauche ich die bestimmt ähm also zurück ins Inventar so jetzt bestelle ich jetzt bestelle ich nochmal ähm ähm ein Braufass und ein wie hieß das andere? Fermentationstank und und nochmal zwei große Kisten zack so und jetzt laufe ich nochmal ganz kurz runter auf die Farm um zu gucken ob die jetzt was verkaufen ich glaube es irgendwie nicht aber wenn man es nicht versucht kriegt man es nicht raus ich finde die könnten ja hier auch irgendwo mal so ein na die läuft hier draußen rum also ähm wenn man abergläubisch sein sollte muss dann nicht das Hufeisen nach oben zeigen weil sonst das Glück raus läuft sagt man das nicht so? mein ja nur ok morgen ist Sonntag da werden die auch nicht offen haben also komme ich am Montag wieder erzählt mir noch einen dass sie Ersparnisse aufgebraucht haben und dann will ich Geld ausgeben und dann geht das nicht was für Hohlköpfe so ich werde jetzt noch ein noch ein bisschen Holz produzieren also noch ein paar Holzbretter und auch noch ein paar Nägel denn wie gesagt ich möchte noch ein ich möchte das noch ein bisschen größer machen wäre ja auch eine Idee ob ich das nicht hier auch noch ein bisschen größer machen möchte um hier noch mehr Platz für noch mehr Tische zu schaffen ach komm wenn ich schon aus Versehen vier Essensvorbereitungstische geholt habe hole ich jetzt auch noch einen Fermentierungstank und noch eins von diesen anderen Dingern dabei fällt mir ein ich habe auch generell einen Denkfehler gemacht also ich brauche hiervon noch einen ich brauche hiervon noch was so und wie hießen diese anderen Dinger in denen man diese anderen Sachen macht Käserei nein diese hier Balesmaschine da nehmen wir auch nochmal zwei von mit so zack das Gold habe ich nämlich schnell wieder drin jetzt wo sie die Preise geändert haben durch das Update also dann habe ich hiervon vier da von vier hiervon zwei da von zwei aber den Herd habe ich noch immer nicht bestellt hiervon vier da von vier hiervon zwei da von zwei ähm zwei Mühlen und zwei Kochherde hätte ich gerne noch Kochherde sagt man das ich weiß es nicht heißt heute den der der